Hallo, ich bin Detective G. Hornbuckle vom NYPD und der einzig wirkliche Vertraute von Dr. Morton Sapphire. Leider. Und die Geschichte, die in Thornhill Manor passiert ist, ist wirklich das Abgefuckteste, was ich je in meinem ganzen Leben gehört habe. Und sie geht auch noch weiter. Was Sapphire und seine zwei Lakaien sich da wieder geleistet haben, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Diese Miss Challenger hat mir sogar ein stolzes Feilchen verpasst. Aber hört am besten selbst hinein. Twilight Mysteries, Folge 5. Abiliator.